Die Telekom ist gut ins Jahr gestartet. Aber was wir sehen, ist, die Ausbaukosten für Glasfaser und Mobilfunk steigen deutlich. Durch Inflation und durch hohe Zinsen. Der Infrastrukturwettbewerb in unserem Land hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Und auch die geopolitische Situation ist schwierig. Nicht leicht, in diesem Umfeld den Kuss zu halten. Aber unser Unternehmen, die Telekom, wächst. Übrigens in allen Segmenten. USA, Europa, T-Systems und in Deutschland. Wir erreichen unsere Ziele bei allen wichtigen Kennzahlen. 10,7 Milliarden Euro haben wir durch den Teilverkauf der Funktürme erzielen können. Diese Transaktion hilft uns, unsere Schulden dramatisch, drastisch zu senken. Aufgrund der erhöhten Prognose in den USA können wir jetzt auch die Konzernprognose für das operative Ergebnis um 100 Millionen Euro erhöhen. In einem schwierigen Jahr, in herausfordernden Zeiten, mit intensivem Infrastrukturwettbewerb ist es wichtig, den Fokus und die Nachhaltigkeit des Tuns im Blick zu behalten. Auf die Telekom soll immer Verlass sein. Wir halten weiter Kurs. 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 Untertitelung des ZDF, 2020